Mein Name ist Mia, mein Name ist Maria, mein Name ist Ebba. Mein Name ist Mia, mein Name ist Maria, mein Name ist Ebba. Ich wurde in Kandil erstochen, ich wurde in Malmö vergewaltigt. Ich wurde in Rotherham desbraucht und ich wurde in Stockholm überfahren. Es dauerte stundenlang, keiner war da, um mir zu helfen. Ich bin irgendeine Frau. Ich bin Mia, Maria und Ebba. Sie könnten ich sein und ich könnte sie sein. Sie könnten ich sein und ich könnte sie sein. Die Täter lauern überall. Wenn wir im Park joggen gehen, wenn wir abends von der Arbeit nach Hause kommen, wenn wir an der Busfahrtestelle warten. Wir sind nicht sicher, weil ihr uns nicht schützt. Weil ihr euch weigert, unsere Grenzen zu sichern. Weil ihr euch weigert, zu kontrollieren, wer hereinkommt. Weil ihr euch weigert, Straftäter abzuschieben. Weil ihr lieber jede Kritik an euch zensiert, als uns ernst zu nehmen. Weil ihr uns lieber sterben lasst, als eure Fehler einzuräumen. Wegen eurer Zuwanderungspolitik stehen wir bald einer Mehrheit von jungen Männern aus archaischen, frauenfeindlichen Gesellschaften gegenüber. Ihr habt das gewusst und ihr habt das in Kauf genommen. Ihr habt das gewusst. Ihr habt es in Kauf genommen. Ihr habt uns preisgegeben. Ihr habt uns geopfert. Ihr predigt Feminismus und Frauenrechte. Dabei seid ihr die wahren Frauenfeinde. Wir sind die Erinnerung an die Opfer. Wir sind euer schlechtes Gewissen. Und wir suchen euch heim. Wir sind das, was ihr verdrängen wollt. Aber wir gehen nicht mehr weg. Wir sind kein Freiwillen, keine Sklavinnen, keine Kriegsbeute und keine Kollateralschäden. Wir sind die Töchter Europas. 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 Ihr erinnert uns an jede Vergewaltigte, Missbrauchte, Ermordete, Unvergessene. Wir werden sie euch und allen ins Gedächtnis rufen. Wir haben lange genug geschwiegen. Jetzt beginnt unser Widerstand. Mütter, Frauen, Schwestern, Töchter Europas. Dieser Staat wird euch nicht schützen. Niemand weiß, wer von uns die Nächste ist. Nimm dein Schicksal selber in die Hand. Denn dein Name ist mir. Dein Name ist Maria. Dein Name ist Ebba. Sie könnten du sein. Und du könntest sie sein. So kann es einfach nicht weitergehen. Pfefferspray und Taschenalarm gehören mittlerweile zur Grundausstattung der Handtasche europäischer Frauen. Abends joggen gehen ist für uns die gefährlichste Sportart geworden. Wir lassen uns das nicht länger bieten. Wir organisieren uns. Wir wehren uns. Wir schlagen zurück. 120 Dezibel, das ist die Lautstärke eines handelsüblichen Taschenalarms, den viele europäische Frauen inzwischen bei sich tragen. 120 Dezibel ist der Name unserer Widerstandsinitiative von Frauen für Frauen. 120 Dezibel ist der wahre Aufschrei gegen die wahre Bedrohung für Frauen in Europa. Wir werden dorthin gehen, wo Frauen zu Opfern eurer Politik wurden. Wir werden euch stellen und wir werden euch zur Rechenschaft ziehen. Und wir werden laut sein. Mach mit und mach deine Stimme laut. Erzähl in den sozialen Medien unter dem Hashtag 120 Dezibel deine Erfahrungen als Frau mit Überfremdung, Belästigung und Gewalt. Ich will, dass du aktiv wirst. Geh auf www.120dezibel.info und werde Teil unserer Bewegung.